So, ich muss die Hütte genau untersuchen. Ja, dazu fehlt mir aber ein Griff, den ich noch nicht habe. Oh, und wir kriegen ein neues Wimmelbild. Oh, Orange. So, eine Orange, die haben wir hier oben, die haben wir schon gesehen. Welcher Griff? Wir kriegen den Griff? Äh, Schürzerschlüssel, Knochen, Zuckerschale, Tischdecke und Luftpumpe. Ich schau nochmal hier oben, ist hier oben irgendwas? Nein. So. Die Zuckerschale ist hier. Die Schürze ist hier. Die Tischdecke ist hier oben. Die Luftpumpe. Ja. Kümmer ich mich gleich drum. Der Griff, der Becher. Becher hier. Knochen, das ist kein Becher. Ähm. Das ist, das, ja, das ist ein Becher. Wo ist der Griff? Das, das ist der Griff. Ein Schlüssel, ein Schalüssel. Wo ist denn schon wieder eine Schalüssel? Das ist kein Schlüssel. Die haben wir jetzt einen Schraubenschlüssel gemeint oder ein richtiger Schlüssel? Das ist eine Kette. Guck mal hier, voll die Mettwürstchen und alter, ein toter, was ist denn hier los? Ein toter Hase. Was ist denn hier los? Und hier Kartoffeln und Mettwürstchen einfach mal rumliegen und liegen. Hier liegt Obst rum. Was ist denn falsch mit dem Spiel? Hier ist die Luftpumpe im Übrigen. Gerade im Augenwinkel gesehen. Jetzt fehlt nur noch der Schlüssel. Aber wo, verdammt nochmal, ist der Schalösel? Ich klebe mal in den toten Asen, dann vielleicht passiert da was. Nein. Das ist kein Schlüssel. Wo ist denn der? Ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Ich habe auch noch nichts gegessen. Noch kein Abendbrot. Ich muss unbedingt Abendbrot essen. Ich weiß mal noch nicht, wann ich das mache. Wahrscheinlich heute Nacht irgendwann. Ich bin schon wieder so blind. Nun weiche nicht, mein kleines Kind. Wo ist der Schlüssel? Hinter mir war ja nichts, ne? Nur nochmal zu vorsichtig, nochmal klicken. Nö. Wo ist denn der Schlüssel? Lafé ran. Was? Lafé. Lafé Andra. Hallo. Willkommen zu Let's Play Live-Show. Ich grüße dich. So. Ähm. Wo ist denn... Hä? Wo ist der Schlüssel? Vor, hinter dem Spiegel? Was? Vor, hinter dem Spiegel. Wo ist denn... Hier? Da ist doch kein Spiegel. Das ist... Keine Ahnung. Hä? Ich habe keine Ahnung. Da kann doch nicht so schwer sein, einen Schlüssel zu finden. Hallo, Schlüssel. Schlüssel. Vielleicht vor dem Spiegel. Liegt der was links bei den Gewürzen? Hier, das hier. Das ist kein Schlüssel. Das ist irgendwie so eine Stange oder so. Am Regal. Hier ist auch nichts. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin doch nicht blöd. Das ist doch... Das Spiel mobbt mich doch. Wo soll denn hier ein Schlüssel sein? Das ist kein Schlüssel. Das ist eine Flasche. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Hier liegt irgendwie Camembert-Käse. Warum auch immer. Hier liegen volle Nahrungsmittel und ein toter Hase. Das Spiel verwirrt mich. Hier sind irgendwie so... Keine Ahnung. Hier ist ein Blätter. Hier ist ein Vogel. Da ist immer noch so ein Becher. Hier liegt auch noch so... Und hier liegt noch ein Schnitzel rum. So unglaublich. Aber wo zur Hölle ist denn bitte hier ein Schlüssel? Äh, eine Schüssel. Ups. Ich sag immer Schlüssel. Eine Schüssel. Wieso sag ich denn Schlüssel? Ich meine natürlich eine Schüssel. Ups. Jetzt weiß ich, wonach ich suchen muss. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, aber wo ist denn die Schüssel? Ich seh trotzdem keine Schüssel. Ähm... Hä? Das ist eine Schale. Eine Grillschale. Die hier ist ein Topf. Really? Hey, Fallentürengriff. Juhu. Entschuldig bitte. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, hoch. Äh, nein, das wollte ich gar nicht. Ähm, ich wollte... Hallo? Mein Inventar benutzen. Genau, ich wollte den Griff benutzen. Hierfür. Jetzt kann ich auch die Tür öffnen. Der Griff fehlt. Nein, jetzt nicht mehr. Was? Ähm... Jemand schien das schon mal probiert zu haben. Erfolglos. What the fuck? Ich hab keine Ahnung. Hä? Im Keller. Wie hat er mal auch Zeit, Detective? Der war an den Geheimnis eingesperrt, als ich über dein Geheimnis stolperte. Du hast die Tasche in den Akten, nicht wahr? Das sind seine. Richard Hamilton. Er lebt hier seit Jahren und beschattete den Prediger. Wir dachten alle, er sei ein verstorbener Einsiedler. Wir wurden getäuscht. Ich bin mir nicht sicher, was Hamilton im Schilde führt. Doch, er wird nicht aufgeben, den Mann. Der Mann ist gefährlich. Und verbindet dennoch deine Wunden. Doch, wie dem auch? So schon konnte ich eine lesen. Ist sie gut? Ist sie in Sicherheit? Nicht wirklich. Wir müssen sie aus der Stadt bringen. Ich habe ein Auto. Doch, es ist sehr, sehr weit weg. Ich schaffe. Das schaffe ich nicht. Dann geh zur Tankstelle und find Kate. Ich hole das Auto. Es ist auf meiner Farm. Hier, nimm die Schlüssel. Jetzt haben wir die Autoschlüssel, aber wir haben den Reifen noch nicht fertig. Und er löst die Luft auf. Juhu. Wir haben die Kette für die Kettensäge. Ich bin gespannt, was wir mit der Kettensäge machen werden. Ich lasse mich da echt überraschen. So. Freunde der Sonne. Was haben wir hier? Wir haben... Was für ein Werkzeug eignet sich da am besten? Flugscheißerin. So. Was finden wir da? Eine Schublade. Erinnere dich. Das Datum. Ich erinnere es. Das Date muss sein... Was ist das Bild? Das wurde wahrscheinlich nicht übersetzt. Da stand... Ich kenne das Datum. So. Im Haus gefunden. Was könnte es sein? So, jetzt haben wir fünf von sechs Scherben. Das heißt, wir sind nicht mehr so weit. Wir können jetzt erstmal... Hier ist erstmal nichts, ne? Genau. Jetzt kommen wir erstmal zurück. Ähm... Hier ist ein neues Wimmelbild. Juhu. Trichter. Hocker. Glocke. Spinnennetz. Vogelkäfig. Samovar. Was ist das denn? Samovar. Samovar. Wangen. Was? Wangen. Hebelgriff. Schneidemesser. Und Bambusrohre. Also, das ist wahrscheinlich hier das Rohr, ne? Das ist... Ja, der Wangelhebelgriff. So. Da muss ich sagen, wo haben wir denn die Glocke? Ähm... Die Glocke... Die Glocke läutet. Ein Trichter. Trichter habe ich gesehen. Der ist hier oben. So, Vogelkäfig. Den habe ich auch schon irgendwo gesehen. Der war irgendwo... Den habe ich doch gerade gesehen, der Vogelkäfig. Wo war denn das? Vogelkäfig. Da. Spinnennetz. 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 Äh... Ach so, eine Teekanne ist das. Ach so. Teekanne. So eine Art Teekanne. Hm. Ist es das vielleicht? Nein, ist es nicht. Das hier vielleicht? Nein. Das hier ist T. Spinnennetz. 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 Ist hier oben wahrscheinlich bei mir wieder irgendwas hinterm Bild? Nein. Schneidemesser. 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 Ein Schneidemesser. Das ist eine Säge. Boah, das Bild ist schwierig. Muss ich echt sagen. Also, das Bild ist echt schwierig. Der Hocker ist hier. Direkt vor der Nase. Das Bild finde ich extrem schwierig. Muss ich sagen. Also, es ist echt... Bambus. Hier ist der Bambus. Direkt vor der Nase. Da ist eine Zwiebel. Hm. Spinnennetz. Spinnennetz. Spider-Man. Noch nie gehört so wahr. Noch nie gehört Samova. Ich auch nicht. Ich klicke nochmal hier oben. Nein, hier scheint nichts zu sein. Da ist das Spinnennetz. Yeah. Yeah. Oh Gott. Hast du sowas schon mal gespielt? Ja, habe ich schon. Ein Wimmelbild habe ich schon gespielt. Das habe ich schon hochgeladen auf YouTube. Das ist übrigens die zweite Aufnahme. Also, das zweite Wimmelbild Spiel. Genau. Falls man da mal gucken. Also, für die Leute, die neu eingeschaltet haben, hier die Let's Play Live schon immer Samstags. Ab 20 Uhr und Sonntags. Ab 16 Uhr. Aber Sonntag ist immer eher so vage. Und auf YouTube, wie gesagt, habe ich da ein Wimmelbild Spiel schon rausgehauen mal. Falls man da mal Lust hat, mal reinzuschauen. Aber wie gesagt, ist kein Muss. Es gibt genug andere gute Channels. Man muss nicht bei mir gucken. So. Ähm. Wo ist denn hier? Hä? Nein, das ist es nicht. Wo ist denn hier das Schneidemesser? Ist das? Nein, das gilt nicht als Schneidemesser. Und wo ist die verdammt nochmal die Glocke? Ich bin überfragt. Was kann es sein? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Was? Ich schaue nicht immer zu. Am besten fand ich Alien Isolation bei dir. Boah, das müssten wir auch mal wieder spielen. Da hätte ich echt mal wieder Bock drauf. Auf Alien Isolation hätte ich mal wieder Lust. Voll geil. Müsste ich mal installieren. Ähm. Ja, heute, wie gesagt, heute mache ich ja Amnesia weiter. Weil ja Amnesia will ich ja durchspielen. The Machine of Pics. Ähm. Wo ist denn? Ich finde das Schneidemesser und die Glocke nicht. Und die sind Samovar. So eine Art Teekanne. Ja, es ist da oben hier. Der Pokal gewesen. Aber wo ist denn jetzt das Messer und so? First Aid Kit ist hier oben. Aber ich sehe keinen. Keine Glocke. Bin ich blöd? Offiziell? Ernsthaft? Hier oben war das Messer in der Ecke. Irgendwie so ein rundes Ding. Aber trotzdem fehlt uns immer noch die Glocke. Das gibt es noch gar nicht. Bei der Lampe? Ach, Tatsache. Tatsache. Dankeschön. So. Wangen Hebelgriff. Ah. Ich glaube jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt. Jetzt. Jetzt leuchtet es mir ein. Wir müssen. Zum See müssen wir nicht. Wir müssen jetzt. Diese Geräusche. Ach, wir müssen jetzt zur Farm. Oh, warte mal. Alien in Farm. Ein Wimmelbild. Ne. So. Britishes Fund haben wir hier. Das ist ein ganz anderes Bild irgendwie komischerweise. Ist hier oben irgendwas? Nein. Doch. Britishes Fund war hier oben. Wetter. Anker. Dollar. Eurozeichen wahrscheinlich auch. Ne, noch nicht. Feuerlöscher. Feuerlöscher ist hier. Pillenpalette. Wo ist die Pillenpalette? Die Pillen. Pillenpalette. Da ist die Pillenpalette. Die Ölkanne. Da ist die Ölkanne. Die Radmutter. Da ist eine Radmutter, aber nimmt er nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Das ist eine Radmutter. Ne, das ist eine Mutter. Aber da ist eine Radmutter. Ja, ist klar. Handschellen. Handschellen. Wo sind die Handschellen? Da sind Scheibenwischer. Da ist wieder der Kleiderbügel. Anker. 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 Ich bin dein Anker. So, Dollar. Da ist das Dollarzeichen. Wetter. Was ist denn Wetter? Ach hier, Wetter wahrscheinlich. Aber wo ist denn bitte... Wo sind denn wieder die Handschellen? Ab wann sollen wir denn helfen, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Wenn ich wirklich so... So, so die letzten paar Meter nicht mehr weiter weiß. Dann könnt ihr ruhig reinschreien in den Chat. Ich weiß wo. So wie jetzt zum Beispiel die Handschellen. Koffer nebendran. Was? Koffer nebendran? Koffer nebendran. Bin ich blind? Hier ist... Hier ist... Koffer nebendran. Ach hier! So blind bin ich schon. Tatsache. So. So. Oh, ein etwas nützliches gefunden. Öl. Öl. Okay, da war jetzt auch wieder ein Wimmelbild. Haben wir jetzt... Wieder neue Wimmelbilder bei den alten Passagen. Ich schaue nochmal in den Keller. Das kann ja sein. Nein, da ist nichts. Also wie gesagt, für die Leute, die wissen wollen, ob ich sowas schon mal gespielt habe oder generell, ob es sowas irgendwie auf dem Channel bei mir gibt. Ja, gibt es. Ein Wimmelbildspiel. Das haben wir grandios... ...gemeistert. Das ist schon ewig her. Das ist schon echt... Jetzt kann ich in die Hütte gehen? What? Ein Radkreuz. Das sehe ich. So, ne Krawatte. Der ist hier oben. Der Hahn. Der Hahn, der Hahn, der Hahn. Von, äh... Zange, Socke. Die Socke ist hier. Die Zange ist hier. Feldflasche. Harmonika ist... Äh... Warte mal. Ne, Harmonika. Feldflasche ist hier. Delfin. Ein Delfin. Ein Hahn. Rackenkoffer. 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 Da. So. Harmonika. Da ist die Harmonika. So, Delfin. Wo ist denn jetzt hier ein Delfin, bitte? Ein Delfin. Ein Delfin. Und ein Hahn. Wasserhahn oder... Truthhahn. Oder Auerhahn oder Ohrhahn. Man weiß es nicht. Oh Gott. Ähm... Hier oben vielleicht hinter meinem Gesicht irgendwas? Nein, ist es nicht. Am Eimer? Ach, da ist der Delfin. Dankeschön. Tatsache. Habe ich gar nicht gesehen. So. Ähm... Der Hahn. Der Hahn. Vertan, vertan. Dann sprach der Hahn. Ihr habt bessere Augen wie ich. Ist ja unglaublich. Sollte man zum Augenarzt gehen. Da ist der Hahn. Habe ich. War doch der Wasserhahn. Ich hab's gewusst. Ein Radkreuz haben wir. So langsam finden wir die ganzen Utensilien mehr abzuhauen, ne? Komischerweise. So. Dann gehen wir mal... War hier noch irgendwo ein Wimmel? Hier irgendwo? Ah ja. Am Wohnwagen. Der Bakers. So. Zwei Radmuttern brauchen wir. Gurke. Eine Eichel. Diese beiden Wörter in einer Kombination in einem Satz klingt ein bisschen merkwürdig. Ich vergesse jetzt einfach, was ich gerade gesagt habe. So. Die zwei Radmuttern. Habe ich deserviert. Habe ich auch. Eine Banane. Und dann noch Banane. Alter. Gurke. Eichel. Banane. Und noch ein Gürtel. Ja, also jetzt geht's los. Das Spiel wird immer verdorbener. Und wir haben noch keine 22 Uhr. So. Ähm. Strumpf. 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 Strumpf ist Trumpf. Strumpf ist Trumpf. Gabel ist hier. So. Pfefferstreuer habe ich doch gerade auch schon gesehen. Da ist er. Ein Strumpf. Wo? Da oben ist der Strumpf. So. Die Gurke. Wo ist denn bitte? Ach nee. Was meinst du? Banane. Eichel? Hm. So. Wo sind denn jetzt hier die Leute im Chat? Wo ist denn die Eichel? Und wo ist die Gurke? So. So. Ähm. So. Das ist Mara. Ich grüße dich. Hallo. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ja. Wie ich schon sagte. Banane, Gurke und Eichel in einem Satz zu unterbringen. Das klingt falsch. Vergiss das einfach mal. Ist hier eine Gurke? Nein. Das ist keine Gurke. Da ist die Gurke. Da sind die Eicheln. Da ist die Gurke. Das ist eine Gurke. Verdammt nochmal. Das ist eine Gurke. Alter. Das gibt es doch gar nicht. Ähm. Gürtel? 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 Wo ist der Gürtel? Wo ist der Gürtel? Der Gürtel. Da ist irgendwie ein Radio. Hier ist ein Pinsel. Was? Die Gurke uns versteckt? Ja. Die Gurke ist gut versteckt. Aber das ist doch hier eine Gurke. Ich bin doch. Ich bin doch. Das ist doch eine Gurke. Oder ist das keine Gurke? Oder habe ich. Oder habe ich ein falsches Bild von einer Gurke? Ich weiß es nicht. Die ist zu klein. Gurke rechts oben im Bild. Toll. Der Witz wird niemals alt. Gürtel rechts unten. Rechts unten. Das. Ach da. Tatsache. Das ist Mais. Das ist doch nicht Mais. Hier ist Mais. Hier hinten. Hier. Hier. Auf dem Herd. In der Pfanne. Das ist Mais. Aber das ist doch eine Gurke unten. Alter. Und rechts ist doch ein Gürtel. Ja. Habe ich gefunden. So. Ähm. Aber wo ist denn der, wo ist denn der, wo ist denn dieser fucking, äh, der fucking, die fucking Gurke? Habe ich ein falsches Bild von einer Gurke? Ist es eine halbe Gurke? Ja. Muss man eine ganze Gurke? Muss man eine ganze Gurke finden oder was? Wenn wir schon mal am Thema Gurken sind. Das ist ein, ist das ein Finger da hinten von den Bakers? Ah ne. Das ist, oder? Ich sag ja. Das ist der Wohnwagen von den Bakers. Die wollen also tatsächlich, dass ich eine ganze Gurke finde. Warum? Ich verstehe es nicht. So. Ähm. Ich sehe auch auf Anhieb keinen, weil man assoziiert ja Gurke sowieso immer grün. Na? Wahrscheinlich ist sie so farblich irgendwie blass oder so, dass man sie so schlecht sieht. Das ist ein Korb hinten. Ist irgendwie. Also ein bisschen dann fast grün ausschaut. Das ist, nee. Das. Ich habe schon gedacht. What the fuck? Hier oben ist keine Gurke. Komisch, ne? Kaum ist das Thema Gurke und Eichel hier im Stream präsent, kommen die Zuschauer. Juhu. Hallo, Niki. Willkommen zur Let's Play Live Show. So. Wo verdammt nochmal ist jetzt die Gurke hin? Mann. Ich will unbedingt die gut meine Gurke finden. Also nicht meine, sondern die im Spiel. Meine finde ich jeden Tag. So. Ähm. Hallo? Das ist doch... Fick dich, ich kann schwimmen. Ich habe die ganze Zeit da drauf gedrückt. Ich schwöre, ich habe die ganze Zeit da drauf gedrückt. Dieses Kack-Schuh-Spiel. Das ist doch nicht wahr. Ich habe die ganze Zeit da X drauf gedrückt und der nimmt die... Das ist doch nicht wahr. Ja, ich habe die ganze Zeit da drauf gedrückt.